Aldemar HD Toll Los, baut die überaus sichere Kolonie mitten in einem zombie verseuchten Zentrum auf. Was soll schon passieren außer die totale Vernichtung Aber ihr seid ja mutig am bauen. Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit der Billions. So, wir bauen fahren fort In der Mission, wo wir sind. Hier haben wir uns einen Schwabbel Der ist auch dabei Ja, wir warten auf den Zug Oh Wunder Damit wir eine neue Mühle bauen können. Ich wette wir schaffen es gerade mal eine Mühle zu bauen oder Bevor wir wieder nichts machen können Der Train has arrived Mehr ging auch nicht Dann wollen wir Häuser und noch mal farmen Ist spät. Warum? Weil es sehr heiß ist und ich muss den ganzen Tag warten, bis die Sonne untergeht, dann nochmal drei Stunden. Ich konnte erst ab 11 oder 0 Uhr Äh, zocken Äh, außer aufnehmen, weil ich, ich sonst, ich vegetiere hier nur Für E-Mails schreiben oder so reicht's, aber das war's dann auch Warum kann ich eigentlich da nicht noch eine Reihe setzen? Ah, so So Sehr schön So, jetzt gibt's Burger So, jetzt gibt's Burger Okay, dann wollen wir mal Auf dem Baum hat direkt auch noch einen Wir müssen expandieren. Oh, oh. Meine Güte. Wir bauen auf jeden Fall jetzt höchste Zeit, höchste Achterbahn, dass wir jetzt endlich mal loslegen. Meine Güte. Komm, ich baue direkt noch einen. Ja? Man weiß ja nie. Dann haben wir davon schon, Mama. Okay, okay, okay. Was fehlt denn jetzt eigentlich wieder? Arbeiter? Ah. Okay. Müsst du mal Steinbauern holen, weil Steine habe ich immer übrig. So, die patrouillieren jetzt und hier rekrutieren wir mal eine neue Truppe, mit der wir irgendwo angreifen gehen. Wir sparen jetzt mal auf die Lagerhalle. 40 Holz. Die bauen wir irgendwo... Hier, wenn's... Ne, warte. Wo brauchen wir die Lagerhalle eigentlich? Bei den Farmen irgendwo, oder? Plus 20 Prozent. Also Nahrung ist das A und O. Hätten wir natürlich... Hätten wir anders bauen sollen. Müssen. Aber müssten wir jetzt hier eine Sekunde bekommen. Ah. Kostet natürlich auch Holz und Geld. Gucken wir, ob's jetzt geht's. Oh, guck mal. Boah, hast du ne Reichweite. Können sie auch hierhin ballern, wenn's geht. Ne, es geht natürlich nicht. Wenn sie hierhin ballern. Hier. Dann wären die... Eine Steinmine drin. Ah, ist halt schade, ich meine. Hierhin wäre nicht schlecht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ihr seid alle scheißegal. Warum geht das nicht? Blockiert den freien Zugang. Hier ist ja so viel zu einem freien Zugang. Interessiert mich nicht. Mist, das war klar. Na gut, na gut, na gut. Aber das ist kein Problem. Und jetzt müssen wir sowieso warten. Das wird schon, das wird, das wird. Wir laufen, wir laufen, wir laufen. So, jetzt auch noch auf den Zug. Sparen Ressourcen. Komm, mach die mal weg. Wir brauchen noch ne Kaserne. Ja, die Bogenschütze sind einfach am coolsten, finde ich. Oh, 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 oh. Für Termons ist es noch zu früh, finde ich. Ich müsste eigentlich hier noch was in den Bahnen. Wir bräuchten hier eigentlich so ne Tesla-Spule. Oh, da kommt die Bahn. Pünktlich. Im Gegensatz zu bestimmten anderen Bahnen in bestimmten Ländern. Hust, hust. Okay. Wo? Oh, oh. Das war's. 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 Oh Scheiße. Warum ist da keine Patrouille mehr? Oh Gott. Nein. Ich glaube das war's. Oh, wir haben immer noch. Oh ja, das könnte es vielleicht noch retten. Oh, boah, Gott sei Dank steht die Balliste hier, Leute. Schade, da kamen grad die Bahnen. Die schönen Arbeiter. Oh Mann. Wie war das noch mal? Ist es zu früh für Dinges-Momens? Okay, dann bauen wir da ne Mauer hin. Was soll's. Alter, wo kommen die denn auf einmal her? Die war noch grad noch nicht so. Oh, da haben wir Gott sei Dank ein paar Prinzessinnen. Oh, das war's. Das war's beinahe gewesen. Was ist denn? Any infected around? The train has arrived at the station. Okay, okay. Wie sieht's damit aus? Nicht. Warten wir mal noch auf Geld. Attention. This better be good. Gotcha. Attention. Let's do this. Okay, war mal da vier. What? Gotcha. You again? Okay. Okay. Oh. So, jetzt können wir das endlich bauen. Oh ja, genau so. Okay. Sehr schön. Jäger ist jetzt Veteran. Können wir endlich mal hier die Türen bauen. Weil das sieht cool aus. Und ich fühl mich sicherer, dass das da zu ist. Dann brauchen wir jetzt hier ne Tür. Mit, äh, Dingelswobens, was jetzt grad nicht geht. Holzer. Lagerhalle. Cool. Ich glaub, daran kann ich mich nur erinnern. Die Lagerhalle. Und an diese, äh, Schienen hier. Standard. Standard. Standard-Entrance. Hm. Soll ich noch ein Holzding bauen? Das soll's. Echt, da wo die meisten patrouillieren? Oh ja. Jetzt gibt's hier nochmal nen Boost. Und unsere Kapazitäten sind auch gestiegen. Nur noch Geld und Co. Holz, Gold. Schade, dass man nicht so ein Schiefes Tor bauen kann. Das schiefe, der schiefe, das schiefe Tor von Pisa? Oh, schade, dass wir so wenig Holz haben. Ich glaub, ich muss echt Dinge spawnen. Äh, und zwar... Hier. Warum nicht? Dann haben wir das auch. A new task. Gotcha. Gotcha. What? Yes, my bow and arrows are ready. Boop! The train has arrived at the station. The train has arrived at the station. So, die gehen einfach da rein, dann haben wir das. Oh, das ist falsch. Aber ich kann auch Ballisten bauen. Kosten auch nur 500 Gold. Warte, ich spei jetzt erstmal auf die... Da ist sie doch. Oh, mehr Orders. Gotcha. You again? What? Roger that. Komm, geht mal jagen. Bis ich höre... Ah, Alarm! Hier sind angegriffen! Oder tot! Oder tot! Ah! So, jetzt nichts müssen wir hier zumachen. Wir bräuchten so ne Gold-Dingens. Da ist was! Ah, naja. Das ist auch gut. Krass! So, für Goldmacher halt ich lang nicht. Aber Gebäude kosten auch Geld. Meine Güte, das Eisen. What? Okay. Das ist auch Stein. Entschuldigung. Stein. Mehr Bogenschützen! Hm. Ja, wir müssen eigentlich jetzt mal gucken, dass wir hier zumachen. Okay. Aber ich würde gerne eher da zu machen und da und hier. Dann haben wir das hier nämlich nochmal für Essen und so. Ja. Achso, ne gute Idee. Ist ja auch meine. Ah. Ah. Das ist schon. Die auch mal da helfen. Wie sieht's hier aus? Das ist meine Güte. Die sind aber fleißig. Guck mal. Die kommen einfach auf dem Kartenrand. Ok. Ah. Einfach weiter, bis wir irgendeine Nachricht bekommen für irgendwas, äh, was Mangel ist. Jetzt müssen wir mich mal Ballisten hinbauen, habe ich auch schon ein paar mal gesagt, ich weiß. Nein, ich rekrutiere jetzt nicht. Nee, nicht mehr. Boah, guck mal, die sind aber nicht wirklich von der Stelle gekommen. Meine Güte. Mein Gott, Walter. Okay, dann können wir arbeiten. Und sammeln. Gold. Muss eigentlich mehr Typen bauen, damit wir noch Gold bekommen. Mein Gott, Walter. Schon wieder Stein. Hm. Oh, oh. Oh! Ich wollte ja sowieso zu machen. Das muss repariert werden wieder. So, dann mal los. Und. Hä? Da. Da geht's nicht wegen... Hups. Mein Gott, Walter. Was ist denn da los? Oh, jemand tot? Da oben. Oh, jetzt geht's aber los. Oh, shit. Okay. Okay. Nein, jetzt geht das schon wieder kaputt. Mal bitte runter gehen. Mal bitte runter gehen. Mal bitte runter gehen. Du wieder. Du wieder. So. Da müssen wir unbedingt was hinbauen, weil da ist keine Wache. So. Und jetzt hier den Arbeiter. Oh, jetzt hier mal wieder Arbeiter. Und Gold zum überhaupt Dingens bauen. Ja. Du wieder. Okay. 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 Alles klar. Was? Ja. Das müsste ja gleich, äh, gebaut sein. Ah. Alles gut. Alles gut. Keine Panik. Bleiben sie ruhig. Hm? Oh. Nein. So. Das ist fertig. Nee, komm erstmal alle wieder zurück, bevor wir noch mehr verlieren. Kann ich die mal die ganze Zeit auf die Dingens bauen? Ich muss mal jetzt auch mal Häuser erforschen. Die bringen glaube ich auch noch mal gut Geld, ne? Das ist ein D. Bist du kaputt? Ach, das ist das Tor. Ich kann es aber nicht reparieren. Jetzt müsste aber langsam mal die Bahn wieder kommen. Tut mir leid, Leute. Ich muss nur leider aufhören. Meine Güte, so Runden dauern ewig, ne? Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Day of Billions. Und bis dahin, haut rein, Leute. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal.